Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Seit Saisonbeginn hat Mercedes ein ernsthaftes Problem am Auto, nämlich die Kühlung. 400 Meter vor Kurve 3 in Österreich mussten Hamilton und Bottas Lift & Coast betreiben, um das Auto zu kühlen. Hamilton ist der Meinung, dass der W10 in den heißen Rennen und auf Strecken weit oben leiden könnte, besonders Ungarn, Deutschland, Brasilien und Mexiko. Zurzeit arbeiten sie an diesem Problem, was aber noch dauern könnte. Der W10 ist hinten herum sehr schlank gebaut, aber das Auto hat keine großen Kühler verbaut, wo die Ingenieure zu optimistisch waren. Die Kühlung in Spielberg war das Maximum, was sie herausholen konnten. Eine andere Alternative zu Lift & Coast gab es nicht wirklich, bzw. nur das extreme Herunterdrehen des Motors. Dann wäre man aber auf den Geraden langsamer. Das heißt im Klartext, dass Mercedes auf den eben genannten Strecken unter normalen Umständen definitiv nicht als Sieger von der Strecke gehen wird. Williams bereitet für den Deutschland-Compress in drei Wochen ein großes Aero-Update vor, mit dem man hofft, näher an das Mittelfeld heranzukommen. Teamchefin Claire Williams meint, dass sie jetzt endlich in die richtige Richtung gehen und sie sich dem Mittelfeld nähern, was ihr Ziel sei. Das FOM hat gestern erste Details zum Rennkalender 2020 bestätigt. Der erste Grand Prix in der neuen Saison findet am 15. März mit dem traditionellen Australien-Grand Prix in Melbourne statt. In den nächsten Tagen sollen weitere Daten zum Rennkalender 2020 geklärt werden, insbesondere die auf der Kippe stehenden Grand Prix von Spanien und Mexiko. Gestern kam es zu zwei wilden Gerüchten in Bezug auf Motortransfers für die Saison 2020. Williams will offenbar nicht mehr das Getriebe von Mercedes benutzen, sondern nur das Triebwerk. Darüber ist Mercedes nicht glücklich und Williams fängt an, wohl noch Alternativen zu suchen. Eine Option wären auch Renault-Motoren, die man in der Vergangenheit schon mal benutzt hat, genauer gesagt in den 90ern. Wenn das so kommen sollte und Williams sozusagen den Mercedes-Motor freigibt, wäre ein Team sofort zur Stelle, McLaren. Denn dann würden sie eine Wiedervereinigung feiern. McLaren fuhr bis einschließlich 2014 mit einem Mercedes-Motor. Kevin Magnussen konnte auch bis dahin das letzte Podium für die Briten feiern, nämlich Australien 2014. Kommen wir zu Mikes Meinung. Mercedes und die Probleme mit der Kühlung. Ja, das hatten sie 2018 beim Canada Grand Prix schon mal. Das heißt wohl jetzt, Boliden umbauen. Ich glaube weiterhin an den Williams und kann mir vorstellen, dass sie irgendwann mit den neuen Platzierten in der Konstrukteurs-WM kämpfen werden, den zurzeit Haas belegt. Bis dahin muss da noch ordentlich was passieren. Was Williams und McLaren angeht, klingt es nach zwei völlig verrückten Gerüchten. Aber wenn da wirklich etwas dran sein sollte, wäre ich echt überrascht. Kommen wir zum Community-Kommentar. Mitsu Serok hat folgenden Kommentar unter meinem Vlog geschrieben. Mike, was hat der Spaß dich eigentlich finanziell gekostet? Würde mich mal interessieren. Und von welchen Fahrern hast du Autogramme bzw. Fotos bekommen? Also insgesamt habe ich, was das Wochenende angeht, 538 Euro bezahlt. Und das teilt sich wie folgt auf. Das Ticket 200 Euro. Das habe ich aber schon im November gebucht. Hin- und Rückflug 245 Euro. Ja, das hätte man auch günstiger haben können. Und was die Essen- und Spritkosten angeht, insgesamt 93 Euro. Was die Autogramme angeht, habe ich leider keine bekommen. Ich habe nur eins auf meiner Cappy, unterschrieben von Nico Hülkenberg auf der Essen-Motorshow 2014. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020